Füllen frische Beine, Wartner ein bisschen, genau. Wir haben den Wechseln auch immer durch. 2.53 noch. Oh, wir haben die Gutjahr! Genau, das ist genau wie sehr gut. Sandro Meier ist es! Sandro Meier schießt die Rocket zum Sieg in der Overtime. Sehr gut! Und wir haben gegen diesen Extra-Perms. Schön abgelegt hier von Villa-Pfalza. Oh, wahnsinnig gespielt! Welch ein Tor! Super herausgespielt! Aus Deckendorf gekommen, sehr auffällige Partie heute. Macht viele Aktionen. Schuss kommt, geflockt. Oh, der tat weh! Starker Safe! Der letzte Anlauf der Desto-Scheibe geht einmal mehr. Käfer mit dem Schuss und das Tor! Das Tor in Überzahl hier für die Gäste! Und jetzt ist Platz für Dennis Dreimer über rechts. Die Zeit läuft aber ab. Achtung, Tor! Adam Domogalas setzt seine Serie von Dienstag fort. Nicht Slots schießen lassen, ne? Wieder Neudecker. Starker Zug zum Tor! Wahnsinn! Starker Ruf! Bauer Neudecker und Füsten führt mit 1 zu 0. Schöner Pass da! Super angenommen! Ferrell und das Tor! Stark gemacht von Ferrell! Auch ein schöner Pass! Sensationeller Pass von Connor Hennen! Und da ist das Tor! Kurtis Leinweber! Kurtis Leinweber! Beim dritten Versuch hat es dann funktioniert mit dem Adventure. Kurtis Leinweber, 40 Sekunden Vorkluss zum 3 zu 2 für den Deckendorf SC. Der erste Effekt eingetreten. Bin gespannt, was Sergei Patkiewicz gleich sagt. Stark! Ja! Aber super! Von Mitch gemacht, der hat den Schuss gut angetäuscht. Und Draco dann schön abgeschossen. Tolles Tor! Mika Reuter, der kann's eigentlich! Aber auch vor dem Tor alles zu! Sven Grebelein, der wird hier blockiert. Jetzt ist er drin! Jetzt ist es! Jawoll! Jason Lavalny, der 1-13-Vorschluss. Das Tor schießt für die River Kings in Überzahl. In Treuzeck-Laser! Jason Lavalny!